Zipele, was meinst du? Eine, Pele, was meinst du? Zipele, was meinst du? Zwei, Pele, was meinst du? Zipele, was meinst du? Zwei, Pele, was meinst du? Drei, Pele, was meinst du? Es ist ja ein wichtiges Ziel, jungen Schweizer Künstler die Möglichkeit geben, ihre Künste zu präsentieren und da haben wir etwas ganz Besonderes. Herzlich Willkommen, Kaibe Balgaard! Sie sehen eine Klesmer Band und die Klesmer wurde von der jüdischen Bevölkerung gemacht und gelebt. Die jungen Musiker entwickeln das weiter mit eigenen Songs, mit eigenen Melodien.